willkommen zum versprochenen lost place vlog ich zeige euch mal hier ist alles abgesperrt ich mache lieber noch mal die begrüße mein finger war am mikrofon also noch mal moinzen liebe eobami und herzlich willkommen zu den lost place ihr seht da unten ist alles abgesperrt so jetzt habt ihr mich auf jeden fall verstanden weil ich weiß ja nicht ob ihr euch davor mich verstanden habt ja zu meinem rücken wenn ich mich einmal drehe zeige ich jetzt die zweite mauer und da sieht man schon massiv die schäden also diese mauer ist die ältere von beiden nach der wurde ja eben dann dieses andere ding errichtet wo wir vorn beim sammeln waren und wir werden jetzt dann einfach mal auch wenn es nur ehrlich gesagt nicht erlaubt ist wahrscheinlich deswegen auch die absperrungen werden wir uns hinten in diesen lost place begeben muss ja bloß aufpassen wo ich hinter rede weil ich denke mal dass der lost place da unten nicht nicht mehr ganz so tauffrisch wird dann laufen wir mal hin ihr seht hier ist nämlich schon alles abgesperrt hier alter schwede schaut mal hin da stehen die pilze wie gesät da hat jemand scheinbar Pilze hat ausgefüllt äh ausgeüttigst so leute wir werden das jetzt mal so machen ich werde jetzt mal hier reingehen einmal unten durch meinen korb stelle ich mal hier ins eck ab dazu lege mal rein und dann zeige ich euch mal hier diesen lost place und ihr seht der bunker schon massiv im arsch so ich sehe jetzt leider nicht mehr viel wird jetzt auch kartaschenlamme dabei das sieht los dass hier das alles schon bröckelt ich werde jetzt auch nicht hinter gehen weil da nämlich wasser steht aber seht da hinten ist dieser bunker sogar eingestürzt ein stück weit aber ihr seht es nicht richtig verdammt na leute dann werde ich jetzt mal kurz das video beenden und werde dann gleich noch mal ein neues video noch hinten dran schneiden also das machen wir jetzt im anglaß auf und schneid es noch hinten dran bis gleich bis gleich